Maxim Goldaab ist der Vorsitzende der Union der linken Kräfte für einen demokratischen Sozialismus und wird als Oppositioneller in der Ukraine verfolgt. Für die, die ihn nicht kennen, er schreibt auch eine Kolumne bei den Nachdenkseiten, wo er wirklich interessante Artikel rausbringt, die unter der Rubrik Dümmen aus der Ukraine herauskommen. Also er beleuchtet dort die aktuelle Kriegssituation aus der Sicht eines ukrainischen Oppositionellen und er hat immer wieder den Verlust der Rechtsstaatlichkeit oder diese immer weitergehende Führung dieses Krieges kritisiert. Also dazu werden wir uns jetzt kurz Maxim Goldaabs Hilferuf aus der Ukraine anhören, also damit ihr kurz mal seine aktuelle Situation kennenlernt und danach schauen wir uns an, was die Bundesregierung zu diesem wirklich katastrophalen Fall zu sagen hat. Also ich meine, es ist katastrophal, dass in der Ukraine Oppositionelle verfolgt werden. Nun im Verteidigungsministerium, zunehmende totalitäre Tendenzen, die brutale Verfolgung jeder Art von linker Opposition, die voranschreitende Auflösung des Rechtsstaates und sprach sich für Friedensverhandlungen aus. Nun erreichte uns ein Hilferuf von ihm, in welchem er schildert, wie nach der letzten Veröffentlichung bei den Nachdenkseiten der ukrainische Geheimdienst, SBU, seine Wohnung durchsuchte und die Staatsanwaltschaft ihn wegen Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors angeklagt hat. Wir dokumentieren sein Schreiben im Wortlaut. Also ihr habt es gerade gehört, das war die Einleitung. Also hier nochmal kurz die Situation geschildert. Maxim Goldaab wird in der Ukraine gerade politisch verfolgt. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Und er hat ja den Nachdenkseiten-Schreiben übersandt, wo er halt seine Situation schildert. Lieber Florian Warweg, liebe Redaktion der Nachdenkseiten. Ich bin Ihnen und Ihrer Publikation dankbar, dass Sie meine Artikel unerschrocken veröffentlicht haben, obwohl die westlichen Regierungen und die meisten Medien eine Politik des Schweigens über die tatsächliche Situation in der Ukraine betreiben. Vor kurzem haben Sie meinen Artikel darüber veröffentlicht, dass in der Ukraine alle, die mit der Regierung nicht einverstanden sind, zu Staatsverrätern erklärt werden. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung dieses Artikels, am 12. Oktober 2023, führte der Sicherheitsdienst der Ukraine, SBU, eine Durchsuchung in meiner Kiefer Wohnung durch, bei der persönliche Gegenstände und die Rentenersparnisse meiner Eltern beschlagnahmt wurden, da die Strafbehörden nichts Illegales finden konnten. Dann haben der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Staatsanwaltschaft, als ob sie dem Algorithmus folgten, den ich in diesem kürzlich erschienenen Artikel erwähnt habe, mich in Abwesenheit angeklagt, weil ich angeblich Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors begangen und eine Aggression gegen die Ukraine gerechtfertigt habe. Dem Gericht wurde ein Antrag auf meine Verhaftung und Einweisung... Ja, ich habe gerade richtig gehört. Und wer die anderen Artikel von Max von Goldhack kennt, der weiß, dass das Einzige, was er dort Schlimmes getan hat, sich für Frieden ausgesprochen hat. Also das ist das Verbrechen, was ihm vorgeworfen wird. Man hat sich für einen Verhandlungsfrieden ausgesprochen. ...ins Gefängnis übermittelt. Was war die Grundlage für den SBU und die Staatsanwälte, um eine so schwere Anschuldigung zu erheben? Ernsthafte Beweise für meine Schuld wie operative Daten, nicht klassifizierte Informationen, Ergebnisse von Zeugenbefragungen, Ergebnisse von Telefonabhörungen und Durchsuchungen? Nein. Vielleicht Spionage, Sabotage, Staatsstreich, Mord, Korruption? Auch nein. Denn das war nicht der Fall und könnte es auch gar nicht sein. Als Jurist, als Anwalt bin ich immer ausschließlich im gesetzlichen Rahmen tätig. Aber heutzutage braucht man in der Ukraine keine Schuldbeweise mehr, um Oppositionelle strafrechtlich zu verfolgen. Es genügt in sozialen Netzwerken Äußerungen über die Ursachen und Folgen des Krieges in der Ukraine zu veröffentlichen, die von offiziellen Positionen ukrainischer Behörden abweichen. Worüber habe ich also in meinen Artikeln, Beiträgen in sozialen Netzwerken, Reden und Interviews gesprochen? Ich habe über die Notwendigkeit einer sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen und den Beginn von Friedensgesprächen gesprochen. Ja, das hatte ich euch ja gerade schon gesagt. Also wie gesagt, lest euch die gesamte Kolumne Stimmen aus der Ukraine durch. Das ist jetzt vielleicht nicht die Position der ukrainischen Regierung, aber es muss in einer Demokratie etwas sein, über das man diskutieren darf. Aber die Ukraine ist eben keine Demokratie mehr, wie dieser Fall einmal mehr zeigt. Ich habe über die sich anbahnende nukleare Katastrophe geschrieben. Ich habe auf die Nutznießer des Krieges in der Ukraine hingewiesen, in erster Linie auf die Oligarchie und den militärisch-industriellen Komplex. Ich habe über die unvorstellbare Korruption in der Ukraine und insbesondere im Militär geschrieben. Ich habe über das Aufblühen des Neonazismus in meinem Land gesprochen. Ich habe historische Parallelen gezogen, um sie mit den heutigen Umständen zu vergleichen. Ich schrieb und sprach über all das, was in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten, in Europa und überall auf der Welt schon lange bekannt ist. Doch in der heutigen Zeit ist eine solche Meinungsäußerung in der Ukraine ein Gedankenverbrechen, eine schwere Sünde in den Augen der gegenwärtigen Regierung, weil Dissens, Objektivität und Wahrheit die Grundlage ihrer Macht untergraben. Dies wird in der heutigen Ukraine mit der obligatorischen Verhaftung ohne Haftbefehl bis zu 15 Jahre Gefängnis und der Konfiszierung des gesamten Eigentums geahndet. Meine politisch motivierte strafrechtliche Verfolgung ist ein bezeichnendes Beispiel für die Gesetzlosigkeit und die systematisch aufgebaute repressive Politik des Zelensky-Regimes, die meiner Einschätzung nach auf die vollständige Vernichtung von Dissens und Opposition in der Ukraine und der Errichtung einer Diktatur abzielt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen, wenn die Opposition in der Ukraine verboten und verfolgt wird, wenn die ukrainischen Oppositionsmedien geschlossen sind, die Verbliebenen nur noch offizielle Propaganda verbreiten, wenn das Gesetz in der Ukraine nicht gilt und die Menschenrechte von den Behörden systematisch und demonstrativ verletzt werden, ist die Unterstützung und gegenseitige Hilfe von anständigen und aktiven Menschen unerlässlich. Heute brauchen ich und die Ukraine als Ganzes mediale und menschliche Unterstützung wie nie zuvor, in welcher Form sie auch immer zum Ausdruck kommen mag. Erstens Veröffentlichung dieses Schreibens. Zweitens Unterstützung bei der Verbreitung dieser Informationen in allen möglichen anderen Massenmedien. Drittens Appell an Menschenrechtsorganisationen, die Regierungen und Partei. Ihr habt es gehört. Also die ersten zwei Appelle, die waren an euch gerichtet. Teil diesen Artikel hier von den Nachdenkseiten. Also ihr seht, der hat fast 10.000, 11.000 Aufrufe. Das ist viel zu wenig. So erreicht man keine breite Öffentlichkeit. Also das müssen tatsächlich mehr Menschen mitbekommen. Also teilt solche Artikel hier von den Nachdenkseiten. Was heißt solche? Teilt diesen Artikel. Die gesamte Rubrik Stimme aus der Ukraine, die könnt ihr euch ja auch noch durchlesen. Da stehen auch viele interessante Sachen drin, auch in Bezug auf den Verfall der Rechtsstaatlichkeit. Und jetzt, ja, also ihr habt jetzt eine Einführung in den Fall gesehen. Ihr könnt euch auch den ganzen Artikel nochmal anhören oder euch den bei den Nachdenkseiten selber durchlesen. Ja, ich habe euch den jetzt nur gezeigt, damit ihr erstmal einen Überblick darüber bekommt, wie ist die aktuelle Situation von Maxim Goldab. Ihr habt es gerade gehört, nicht gut. Ihm drohen 15 Jahre Haft. Seine Wohnung wurde durchsucht und Teile der elterlichen Ersparnisse wurden ihm geklaut. Also das ist seine Situation dafür, dass er Frieden gefordert hat. Das ist sein großes Verbrechen. Und jetzt wird es interessant zu sehen, wie hat die Bundesregierung eben darauf reagiert. Also Florian Warbeck ist ja auch Journalist bei den Nachdenkseiten, Mitglied in der Bundespressekonferenz. Und jetzt können wir uns ja mal angucken, was sagt die Bundesregierung zu dieser ungeheuerlichen Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine? Zu diesem eigentlich ungeheuerlichen Fall, der eher nur ein Fall in einer ganzen Reihe ist. Also guckt euch die Brüder Kononowitsch an, die jetzt im Hausarrest leben und ja, die ganze Zeit mit dem Tod bedroht werden. Oder Gonzalo Lira, der von ukrainischen Sicherheitskräften gefangen genommen wurde, dann versucht er zu klien, da wieder gefangen genommen wurde und nach eigenen Aussagen sogar gefoltert und beklaut wurde. Also das ist die Situation in der Ukraine. Ein durchgehender Zustand der Rechtlosigkeit, ein Zustand, wo jeder kritisierte Journalist 15 Jahre ins Gefängnis kommen kann. Also ja, was sagt die Bundesregierung jetzt zu diesem Zustand? Herr Warbeck dazu. Auch zum Großthema Ukraine. Maxim Goldab, ukrainisch-Oppositioneller, dessen Partei Union der linken Kräfte im Juni 2022, wie alle anderen linken Parteien auch, verboten wurde, ist jetzt wegen Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors angeklagt worden. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Zuvor war seine Wohnung vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU durchsucht worden. Hintergrund ist, dass er zuvor unter anderem auch auf den Nachdenkseiten Artikel veröffentlicht hat, die sich mit der Korruption im Verteidigungsministerium und zunehmend autoritären Strukturen im Regierungsapparat befassten. Ist der Bundesregierung dieser Fall bekannt? Und wie bewertet sie grundsätzlich das aktuelle Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen regierungskritische Politiker und Journalisten? Also zu dem konkreten Fall kann ich jedenfalls nichts sagen, aber wir nehmen grundsätzlich wahr, dass die Union der linken Kräfte seit Kriegsbeginn verboten. Also es ist der Bundesregierung in der Lage bekannt. Wir liefern an dieses Land Waffen, das ist enger Verbündeter der Bundesrepublik, die Bundesregierung weiß von all dem was. Also dass sie dazu gar nichts sagen kann. Also dass sie jetzt zu den neuesten Entwicklungen in rund 15 Jahren Haft nichts sagen kann. Okay, könnte sie die Antwort ja nachreichen, aber dass sie dazu jetzt gar nichts sagen kann, das geht eigentlich nicht. Ich meine, dass die Union der linken Kräfte kriminalisiert wird, das ist ja schon seit längerem der Fall. Dass die Ukraine sich dafür einsetzt, dass Korruption im Land bekämpft wird und dieses Thema offen und offensiv auch von sich aus angeht. Und wir haben dadurch aus, auch was das demokratische Klima insgesamt angeht, Vertrauen in die ukrainischen Behörden und die ukrainische Regierung. Herr Kuldig, noch eine Nachfrage? Wenn Sie mir die noch gönnen. Ja, natürlich. Zum einen war die Antwort nicht bewertet, wie Sie die Verfolgung von regierungskritischen Politiker und Journalisten derzeit beantworten. Aber ich hatte ja auch schon erwähnt, dass unter Selenskyj wirklich alle linken Parteien in der Ukraine verboten wurden. Im Gegenteil etwa zur rechtsradikalen Svoboda-Partei, die als eine von zwei Oppositionsparteien überlebt hat. Mich würde interessieren, wie bewertet ist denn eigentlich Kanzler Scholz, dass alle potenziellen Schwesterparteien der SPD in der Ukraine verboten sind? Und setze sich bei entsprechenden Regierungskonstellationen auch für die Aufmerksamkeit. Okay, also wer hat es gerade gemerkt, Barbeck hat darauf keine Antwort bekommen. Jetzt fragt er, wie die Bundesregierung allgemein zur extremen Verfolgung der Opposition in der Ukraine steht. Also die Union der linken Kräfte ist ja nur ein Beispiel für zahlreiche linke Parteien, die dort kurz nach Kriegsbeginn schon unter einem komplett kopierten und unbelegten Vorwurf verboten wurden. Die Aufhebung dieser Parteiverbote aus, ein. Zu dem Thema habe ich mich nicht mit Ihnen beraten. Sehen Sie es mir nach. Können Sie ja sicher was nachreichen. Herr Jung zu dem Thema. Kurz zurück zu der Parteienfrage in Ukraine. Frau Tischauer, ist der Bundesregierung mehr als nur, nee, ist Ihnen bekannt, dass es in Ukraine neben dem Verbot oder der Verbotsmöglichkeit von Parteien, die als prorussisch gelten und die Souveränität und territoriale Integrität des Landes... Oh Gott, das ist dieser kopierte Vorwurf. Jede Partei, die sagt, lasst uns verhandeln, die ist dann prorussisch und... Also genau dieser, ja, genau dieser Vorwurf, mit dem jetzt Maxim Goldaab verfolgt wird. Jeder, der Frieden fordert, ist ein Vaterlandsverräter, weil er die territoriale Integrität der Ukraine anzweifelt, weil diesen komplett irren Plan der ukrainischen Regierung jedes Gebiet zurückzurobern, einschließlich der Krim. Was militärisch absolut ausgeschlossen ist, weil man diesen Plan vielleicht in Zweifel zieht. Also dann kommt dieser, ja, dieser Vorwurf, mit dem kritische Stimmen in der Ukraine einfach mal 15 Jahre ins Gefängnis geworfen werden. Also, dass Tino Jung den jetzt hier einfach so kritiklos wiedergibt, naja. ...verboten werden können. Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Also bisher gibt es ja nur eine Verbotsmöglichkeit von Parteien in der Ukraine, die prorussisch sind und die territoriale Integrität der Ukraine gefährden. Ich habe euch gerade gesagt, was territoriale Integrität bedeutet. Das heißt einfach Forderung nach viel Reden, Forderung nach Friedensverhandlungen. Ist Ihnen darüber hinaus ein Verbot anderer Parteien bekannt oder eine Verbotsmöglichkeit anderer Parteien, wie hier suggeriert wurde? Kann ich ad hoc dazu nicht sagen. Können Sie das nachhören? Gegebenenfalls, wenn wir was dazu sagen können. Nicht mal dazu kann ich sowas sagen. Also jede Partei, die Frieden fordert, fordert natürlich auch, dass die Ukraine Kompromisse macht. Und Kompromisse heißt halt, dass die Krim wahrscheinlich nicht wieder ukrainisch werden wird. Dass also die territoriale Integrität der Ukraine, die ja seit 2014 verletzt wird, dass die weiterhin verletzt bleibt. Also das ist, ja, die Frage von Tilo Jung zum Schluss, die war ein bisschen, die war nicht sonderlich schlau, aber ja, weil territoriale Integrität einfach in der ukrainischen Propaganda gleichgesetzt wird mit Forderung nach Frieden. Naja, in diesem Sinne teilt gerne diesen Ausschnitt hier von Florian Warbeck aus der Bundespressekonferenz. Ich finde es gut, dass er da jetzt wieder, ist, dass er da jetzt wieder kritische Fragen stellt. Ihr seht, auch das hat nur 5000 Aufrufe. Das muss wesentlich mehr bekommen. Der andere Artikel, der Hilferuf für Maxim Goldabtheit, den auch, ich hoffe, ich kann euch dieses Reaktionsvideo ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Leute vielleicht mal auf den Kanal der Nachdenkseiten stoßen und solche wirklich, ja, schockierenden, ähm, schockierenden Ereignisse, dass die mal mehr kritisiert werden. Naja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nicht viel Glückliches zu sagen. Also das ist ein katastrophaler Fall, reiht sich ein in eine lange Liste von politischen Verfolgungen, die es in der Ukraine andauernd gibt und, ja, ist nur der neueste Fall in einer ganzen Reihe. In der Ukraine ist die Rechtsstaatlichkeit de facto, ja, abgeschafft. Das ist eine Diktatur. Die Positionelle können auch 15 Jahre im Gefängnis landen, das hat nichts mit Demokratie zu tun und es zeigt eigentlich auch, wie verzerrt das Bild ist, was uns viele Medien über dieses Land häufig vermitteln. Das ist eine Diktatur. Das ist eine Diktatur.